Der Vater schloss einen Blutsbund mit Jesus, damit er auch dein Bündnispartner sein kann. Mein Name ist Monika Flach und ich liebe dieses Thema. Als ich dieses Buch schrieb, das Kreuz, lebst du davor oder dahinter, habe ich wirklich diese Siege Jesu nochmal gesammelt, nur ein Ausschnitt dieser Siege. Und es war mir ganz wichtig, als ersten Punkt diesen Punkt reinzunehmen. Jesus Christus, er starb für mich, damit ich in dieses Blutsbündnis reinkomme. Es geht darum, wenn wir leben wollen, dass wir Gott kennenlernen und ihn kennenzulernen. Ihn als meinen Bündnispartner hat mein Leben tief geprägt, verändert, bereichert, gestärkt und mich ganz komplett neu auf eine neue Sicherheit gegeben. Deswegen sind es nicht nur einzelne Bereiche, wo wir sagen, ja, da habe ich einen Durchbruch gehabt, sondern ihn zu kennen, schafft dann in jedem Bereich einen Durchbruch. Besonders ihn als Bündnispartner zu kennen. Das ist gewaltig. Schon viele Jahre her, als Gott anfing mit mir über Blutsbündnisse zu reden, in einer Zeit, wo das kaum zur Sprache gekommen ist. Ich selber bin ja aufgewachsen als christliches Kind und habe immer gewusst, Altes, Neues Testament, Alterbund, Neuerbund. Aber das hatte so etwas wie nicht einfach irgendwie einen Alltagsbezug für mich. Das war einfach nur Altes Testament von der Bibel her. Aber warum das so genannt ist, hat mir niemand erklärt. Und ihn, diesen Bündnispartner, mir vorzustellen und dass ich ihn kennenlernen kann, vielleicht schon als Kind, hat auch niemand gemacht, was ich krass finde. Weil das einer unserer stärksten Punkte ist. Und Gott lud mich ein, seine Blutsbündnisse in der Bibel mal zu studieren, aber auch dann ganz kulturell einfach die in den Nationen Kulturen zu studieren, wo Blutsbündnisse geschlossen worden sind. Und darüber wurde dann mein persönliches Leben, meine Nachfolge zu Jesus, in eine ganz komplett andere Ebene gekommen, wie ich gesagt habe, andere Gefühle, was ich vom Herrn erwartet habe. Vor allem, weil diese Blutsbruderschaft, dieses Bündnispartner, er steht mir total zur Verfügung. Und für mich war, dass es wirklich, wirklich eine Person gibt, die tatkräftig ist, die nicht nur zuschaut, sondern die da ist, präsent ist für mich, war für mich als tatkräftiges Kind, Jugendliche und dann jetzt Erwachsene, ein unglaublicher Schatz. Warum? Weil man als tatkräftiger doch dann glaubt, ja, letzte Frau hält, ich halte halt noch alles zusammen. Und dass man jemanden hat, der komplett auf einen ausgerichtet ist und wenn man ruft, kommt und sich komplett, was er ist und wie er ist, sich zur Verfügung stellt. Und wenn ich Versorgung brauche, er zu mir ruft, das bin ich für dich. Und wenn ich ihn als Hirten brauche, sage ich, auch das bin ich für dich. Und wenn ich Heilung brauche, sage ich, ich bin dein Arzt. Wie gewaltig ist das? Wie tief ist das? Wir kennen nur Verträge, eigentlich noch in unserer Zeit. Und selbst der Ehebund ist für viele überhaupt nicht mehr relevant. Aber ein Bündnis ist der tiefste Zuspruch, das tiefste Bündnis, was ein Mensch hier auf Erden haben kann. Und mein Gott hat durch Jesus ein Bündnis mit mir geschlossen. Und was mich in dieser Zeit sehr, sehr tief nochmal verändert hat, wo ich auch Angst hatte in der Hinsicht, weil ich gedacht habe, wenn ich den breche, was passiert dann, dass ich gemerkt habe, dass mein Vater dieses Bündnis erst mal mit seinem Sohn Jesus Christus am Kreuz geschlossen hat. Oh, das hat für mich eine komplette Freiheit gebracht, weil mein Glaube oder dieses Bündnis wird Jesus nie brechen. Und ich bin in dieses Bündnis hineingerufen durch Glauben an den Sohn Gottes, an meinen Jesus. Das hat mich total befreit. Ich habe, und das erzähle ich auch auf diesen DVDs, kennst du den Schutz des Blutsbundes und die Kraft des Blutsbundes, das ist zwei neue Aufnahmen. Und wir werden diese DVD auch in dem Kingdom Campus haben, in unserer Online-Akademie. Weil ich glaube, dass das die Antwort für Europa ist und für die Leiden von so vielen Menschen, die in sich eine Sicherheit suchen, dass wir als Prediger und Verkündiger müssen diesen Bündnispartner kennen. Und ich habe mir als Kind immer einen Blutsbruder gewünscht. Jemand, wo man durch dick und dünn geht, der mit seinem eigenen Leben für mich einsteht und in Jesus einen Bräutigam gefunden haben, der nicht nur für mich kämpft, sondern der wirklich sein Leben für mich gelassen hat, der für mich gestorben ist, hat mich total überwältigt. Diesem Gott konnte ich mich anvertrauen und es ist tiefer und tiefer mit der Zeit geworden. Ich entdeckte, während ich in diesen Bündnissen war, die Glaubensautorität der Wüstenväter, die ich für eine ganze Phase studiert habe und auch immer wieder zurückgehe, um von ihrem Glauben, wie sie Gott kannten, etwas davon zu nehmen. Diese Wüstenväter in Ägypten, die in der Wüste waren und mitten in der Wüste übernachteten, in diesen gefährlichen Elementen und im Geist einen Blutskreis um sich zogen, Blutslinien zogen und dann ganz tief wie Babys in diesem Kreis schliefen und am Morgen waren dann Skorpione oder Schakale, die diesen Kreis übertreten wollten, mit dem Tod genau an diesem Rand gestanden. Und während ich das gelesen habe und tief mit meinem Geist aufgenommen habe, hat es was mit mir gemacht. Ich habe wirklich Ehrfurcht empfunden vor dieser unglaublichen Power des Blutes Jesu Christi. Und es geht nicht einfach, dass wir jetzt nur überall Blutslinien ziehen, obwohl wir das machen dürfen und ich das auch in Hotels mache oder bei mir oder übers Gelände mache. Aber wir müssen das Kreuz kennen. Es ist kein Mantra, es ist nicht irgendwie eine magische Macht, die wir machen, sondern wir müssen wissen, was dieser Jesus, mein Jesus getan hat. Und das finde ich total genial. Wo ich in Ägypten war und mit den Gläubigen dort geredet habe, habe ich gemerkt, diesen Glauben an das Blut und Blutslinien zu ziehen, ist dort Gang und Gebe. Wir haben das in Europa gar nicht. Und ich möchte das so sehr dich ermutigen, dass du dort reingehst, das studierst. Nicht einfach nur anfängst zu tun, wirklich so als ein magisches Element, sondern wirklich merkst, dass dein Glaube an dem, was Jesus am Kreuz getan hat. Weil ein Tropfen, der Glaube an sein Blut rettet uns. Und ich weiß, wo diese ganzen, sag ich mal, ihn kennenlernen, fiel genau in die Zeit, wo meine Mutter auch Krebs bekommt. Und während ich das ausrief, diesen Bündnispartner, und der Herr führte mich in ein spielerisches, prophetisches Zeichenhandlung hinein. Und er hat gesagt, ich war damals in Gandersheim, ich sollte mal unsere ganze Wohnung zu Hause mit Blut anstreichen. Und ich habe das im Gebet gemacht, ganz spielerisch. Und ein übernatürlicher Friede war in dieser Zeit auf uns. Ich war in dieser Phase mehr im Wort und in der Autorität als irgendwo. Das war so lebendig. Und das ist total gewaltig. Außerdem bekam ich ein komplett anderes Verständnis vom Abendmahl. Und ich bitte euch, ich bitte dich, während du das hörst, schau dir nicht nur dieses Video an, oder studier, such dir Bücher raus. Wo du das studierst, dein Leben wird nicht mehr das Gleiche sein. Das Abendmahl wird für dich zu einer Kraftquelle werden. Und deswegen ist es einer der tiefsten und größten Schätze für mich am Kreuz. Nicht nur, was er getan hat, sondern was wir durch ihn dadurch bekommen haben. Ihn selbst als Bündnispartner. Das finde ich total gewaltig. Und ich würde gern dafür beten. Vater im Himmel, ich bete von meinem ganzen Herzen, dass das Buch, auch das Kreuzbuch durchbricht. Dass Leute diesen Bündnispartner kennenlernen, als ersten Punkt. Dass sie im neuen Bund einen komplett in einer Beziehung sind, die hält, die nicht zu trennen ist und die gesichert ist durch dich, Jesus Christus. Ich danke dir, Vater im Himmel, Bündnispartner, dass ich dich kennenlernen durfte. Dass ich mich immer wieder bei dir bergen darf und dass das Wort Ich bin, das für dich nah an mich rankommt, nicht nur in meinem Geist, sondern an meine Seele und das übertrage ich. Ich impartiere diesen Glauben und ich sage, Tore, Türen und Fenster sollen aufgestoßen sein für Offenbarung nach Offenbarung nach Offenbarung nach Offenbarung. Danke, Herr, dass du diesen Hunger auch in Europa, in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich hörst. Komm und offenbare du dich als der Bündnispartner für deine Kinder, für dein Volk, jetzt in dieser Zeit. Amen.